Das ist dein Trainingsplatz, stimmt's? Ja, unsere Truppen üben Nahkampftechniken hier. Mein Name ist Tenalo. Ich bin der Lehrmeister hier. Und du musst die sein, die auf den Flügeln der Zehen flog. Die Regalas Maschinenarmee bezwang und sie selbst im Duell schlug. Doch, auch dir kann Training nicht schaden. Und wie auf den Plätzen der anderen Clans gelten dieselben Regeln. Ich biete Training und Prüfungen an. Du darfst Speer- und Übungsbogen benutzen. Alles andere bleibt bei mir, solange du auf dem Platz bist. Wenn du all meine Prüfungen abschließt, darfst du gegen mich kämpfen. Und wenn ich gewinne, gibt's ein Zeichen für das Fortdauern? Ganz recht. Sobald du die Zeichen von hier, vom Bollwerk und aus Brennspeer hast, darfst du das Fortdauern herausfordern. Die anderen Lehrmeister haben nicht viel dazu gesagt, wer das Fortdauern ist. Habe ich bei dir mehr Glück? Du willst mehr wissen? Je eher du drei Zeichen erlangst, desto schneller erfährst du es. Solange ich darauf hielten, wenn du ihn steckst. Ich bin wenigstens bürgeräuschiger. Du sollst nicht beigetragen. Du solltest euch werden. Du solltest dich eruieren. Du solltest dich trennen. Ich bin immer auf die Erkenntnis. Ich bin eher auf der Seite. Du solltest dich durchführen. Ich bin ein Zeug, ich bin ein Zeug, aber es ist ein Zeug. Du willst einem Einzelgegner maximal schaden? Durchbrich seine Waffenabwehr und setze dann den Zerstörer ein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, Hecaro verdankt der Streiterin sein Leben. Kontrolliere stets deinen Kampfbereich und lass dich nicht umzingeln. Die Wirbelsense trifft nicht nur mehrere Gegner, sondern sorgt auch für Platz um dich herum. Hey! 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 So! Eine neue Rüstung! Hey! Schnelles Ende deinen Fein! Gut war! Energisiere erst schwer, dann geht's! Jeder Verweigerer soll vor Angst zittern! Wenn du den Energiestoß mit anderen Angriffen verkettest! Machen Sie mich nicht, was ich noch nie möchte. Auch hier! Ich habe einen Moment, den wir uns hier nach dem Reise besetzen. Ich bin besonders wichtig, hatte ich uns hier in die Mitte. Ich hab mich an, den wir nach den Podcast machen. Ich bin sehr eingestellt, Lorraine. Und ich bin ganz wichtig, hier habe ich dich ein paar Tage drauf für uns zu besuchen. Ich bin sehr ở der Mitte. In der Mitte. Bis dahin! Man muss alles die Schmerzen heraся. Hey! das wird jetzt nicht mit einem wuchtangriff zu beginnen ist knifflig weil er so langsam ist nimm lieber einen halbmond hieb für mehr tempo ist endlich vorbei wenn du keine pfeile mehr ich sagte ja dass du den ziel ergeben bist bieten wir ihnen was das ist kein bogen platz Willst du nur Bogen schützen? Kaum groß genug! Ach! Nicht schuld! Du kannst in einen Treffer landen! Zu mir, Rände! Warte! Ich gebe auf! Puh, sehr gut gekämpft! Du weißt wirklich, wie man jemanden umhaut! Hier, ein Zeichen für dich! Danke, damit sind's drei! Sehr gut, dann stell dich nun dem Kampf mit dem Fortdauern! Verrätst du mir jetzt, wie er das ist? Das erfährst du schon bald! Geh in die Berge nördlich des Wüstenclangebiets! Das Fortdauern wartet, wo die Ruinen aus Metallflügeln aus dem Berg ragen! Viel Glück! Und wenn du wieder mal üben willst, der Platz steht dir allzeit offen! Ich freue mich auf eine Revanche! Ich muss los! Leib wohl, bis wir erneut die Klingen kreuzen! Und wenn du den ganzen Streifen bräuchtes, schaffe ich auch mal eine halbe! Den einen angreifen, will der Leib eine Verräterin! Ich freue mich auf jeden Fall! Und wenn du das bist, will der Leib, 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 der Leib! Vielen Dank.